Ja, liebe Freunde von Baselmaster, liebe Musikkolleginnen und Kollegen, ich möchte euch heute zu einem ganz, ganz besonderen Video begrüßen. Und zwar habe ich mir überlegt, weil mir in letzter Zeit immer mehr Anfragen gekommen sind, über E-Mails und Instagram und Co. zu meinem Instrument, habe ich mir gedacht, ich mache heute mal ein kurzes Video und stelle euch mein Instrument vom Robert Warischek, mein Bassvögelhorn, etwas genauer vor. Vorweg möchte ich sagen, dieses Video ist nicht gesponsert, ich bekomme dieses Instrument nicht billiger oder sonst was oder gesponsert. Es sollte auch keine Werbung sein, aber einfach, ich möchte euch in diesem Video ein paar Aspekte, ein paar Dinge zu meinem Instrument sagen, wieso ich das finde, dass das wirklich ein tolles Instrument ist und für meine Bedürfnisse wirklich sehr, sehr gut gelungen. Ja, das Instrument, wie gesagt, ist vom Robert Warischek. Der Robert Warischek ist aus Deutschland, genauer gesagt aus Sachsenkamm. Ist wirklich ein ganz liebenswerter Mensch und macht wirklich sehr, sehr tolle Instrumente gemeinsam mit seinem Team. Ja, jetzt ein bisschen zu meiner Bassrompette, zu meinem Bassvögelhorn. Also grundsätzlich ist das Instrument wirklich ganz, ganz sauber verarbeitet. Ich spiele das Instrument in einer unlackierten Ausführung. Das hat für mich einfach den Vorteil, dass wenn es einmal irgendwo runterfällt oder irgendwo angekommen oder sonst was passiert, dass einfach der Schaden nicht zu groß ist und man einen Macker oder irgendeine Lötstelle einfach wieder schnell beheben kann. Ja, das Instrument ist aus dem Material Goldmessing, ist aus einem 0,50er Blech, wirklich sehr, sehr robust gebaut. Das Schallstück ist 220 Millimeter und ist ähnlich einer Ventilbosone. Das hat für mich auch den Vorteil, dass ich von der Tonkultur sehr vielseitig spielen kann. Das heißt, ich kann auf der einen Seite spielen wie eine Ventilbosone, kann aber auch vom Sound her in Richtung schlanker gehen, in Richtung Bassvögelhorn zum Melodiespielen, kann aber auch das Instrument super verwenden als Tuba, als Bassfunktion und ist für mich persönlich einfach sehr, sehr vielseitig. Ja, ich spiele das Instrument in vierventilliger Ausführung, gibt es natürlich auch in dreiventilliger Ausführung und ich spiele das Instrument in vertikaler Bauweise, also in aufgestellter Form des Ventilstockes. Das hat für mich einfach den Vorteil, dass ich das Instrument ausgewogener, besser in der Balance ist, ich kann es besser halten, auch mit einer Hand, ich kann Notenplattel umplatteln, ich kann ein Notenbuch halten, das hat für mich sehr, sehr viele Vorteile. Optisch ist das ganze Geschmackssache, ich finde beides nicht schlecht, ob das jetzt vertikale Bauweise ist oder in liegender Form, das ist wirklich Geschmackssache. Auf die Tonkultur, finde ich, hat das eher weniger Auswirkungen. Ja, wie gesagt, ich spiele das Instrument in vierventilliger Ausführung, weil ich eben sehr viel zum Basseln auch brauche. Ob es besser ist, drei- oder vierventillig, dazu möchte ich mal in einem anderen Video genauer drauf eingehen, weil es einfach da meiner Meinung nach schon wirklich Vor- und Nachteile gibt, ob drei- oder vierventillig. Ja, weiter spiel dann das Instrument vom Mundrohr her, also ich spiele das mit einem Posaunen-Mundstück und spiele dann einen kleinen Schaft, also ein, ja, vom Mundrohr her, für mich super Instrument auch. Man kann ja mit dem Mundrohr, wie ihr wisst, wahrscheinlich sehr, sehr viel auch vom Klang und Ansprache noch machen. Ja, dann weiter zu den Ventilen. Das ist vom Robert Warischek patentiert und finde ich eine ganz super Sache an dem Instrument. Man kann nämlich den Ventilstock, das sind da schrauben und auf der Rückseite auch schrauben, kann man den ganzen Ventilstock zulegen und kann das Ventil selbstständig ausbauen und das erleichtert die Reinigung natürlich extrem. Was natürlich auch da entfällt, ist dann der Maschinen-Service, weil man das wirklich daheim selbst ausbauen kann und das spart natürlich auch etwas Geld dann, weil dieser Maschinen-Service einfach entfällt. Ja, weiters noch zum Instrument. Ich kann euch nicht in den Tipp geben, besucht mal das Team vom Robert Warischek, probiert es dieses Bassflügelkern aus. Natürlich sind wir da in der Preisklasse, ob 5.000 Euro aufwärts. Es gibt ganz, ganz verschiedenste Möglichkeiten in Ausführungen, von Vergolden bis sämtliche Spielereien. Aber probiert es das wirklich vor Ort aus und meine Empfehlung wirklich, Robert Warischek, Bassflügelkern, funktioniert wirklich gut und sind sehr tolle Instrumente. Ja, wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir sehr, sehr gerne oder nutze unten die Kommentarfunktion. Es würde mich extrem interessieren, was du für Bassflügelhahn spielst, welche Bass-Trompette dir am besten taugt und wieso. Und vielleicht schaffen wir es, dass wir dann gemeinsam ein bisschen einen Austausch finden, weil ich die Thematik einfach extrem interessant finde. Ja, dann sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Musizieren und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Und alles, alles Gute wünsche dir dein Basslmeister. Servus, Pfiatti.